Schmill quer! Leroy und Jamal Musiala! Hast du gesehen, wie er ganz kurz aufgehört hat zu laufen? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie Musiala ganz kurz aufhört zu laufen? Ganz kurz? Ganz kurz! Der Ball von Schlotterbeck war unglaublich. Guck mal, guck mal, der tiefe Laufweg. Und guck mal, er hört ganz kurz auf. Habt ihr es gesehen? Achtet mal, achtet mal. Und er hört kurz auf und jetzt geht er durch. Boah, super. Kann sein, Nachbar noch im Delay, ja, die schreien jetzt. Warum hört er kurz auf? Emre, weil er gedacht hat, Schmeichel kommt raus. Digga, Schlotterbeck hat das richtig gut gemacht, hey. Wahnsinn! Sollte sein, spiel ich, oder?